Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt. DAKU wollen wir heute anzocken. Ich bin mal entspannt. DAKU Komplett Edition. Ich hoffe, das Licht ist soweit okay. Ich hoffe, der Ton ist auch okay. Ich habe mit meiner Capture Karte, mit dem Ton immer so ein bisschen Probleme. Dass ich halt nicht sehe, wie weit Ton hier kommt. So, jetzt habe ich einen leichten Ausschlag. Oh, der ist aber sehr düfer. Und nebelig. So, jetzt sehe ich eine Ich bin die, ich bin das Tier in unserem Lieber, der ehemann. Ich bin der, ich bin der, ich bin das Tier zufügt. Ich bin der, ich bin der. Ja, ich bin der, ich bin der interval lang. Ich bin der Study. Ich bin der Tür. Was ist das? Licht. Hier komme ich nicht durch. Schade. Ich habe gedacht, da kommt man vielleicht lang. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Mit Viereck ist bestätigen. So ein bisschen mit Schicklichkeit spielen, da müssen wir gucken. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass hier mitnehmen und so, so Aktionstasten halt mit Viereck sind, weil es man ja eigentlich gewöhnt, dass jetzt nicht das Springen und wenn das Springen nicht existiert, dass man, ich glaube aber eher, das kommt hier ran. So, jetzt haben wir schon eine zweite. So. Ich habe einen Fehler gemacht. Nur runter bringt es auch nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt haben wir schon zwei und einen Schlüssel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein bisschen sehr düster ist er Es sah eben gar nicht so düster aus Gucken wir vorher weiter, weil vorhin bin ich ja nicht weiter gegangen Okay, geht nicht weiter Oh, das ist nicht so düster Oops Ich würde sagen wir machen ja Schluss, für das Anzocken reicht es ja erstmal Ein bisschen sehr düster Hat ein paar Schreckmomente drin Wo die Viecher kamen Da habe ich mich schon erschreckt Äh Ich denke mal das für den einen oder anderen was Der so ein bisschen auf leichte Grusel kostet Ein bisschen Rätsel steht Mit den Rätseln finde ich ganz cool gemacht Also Auf jeden Fall cooles Spiel Ich würde mich dann hier hoch verabschieden Wenn es euch gefallen hat Däumchen wären Träumchen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ahoi Seid euer Odin Wie viele Boom Die Tatsache Wie Kamer Vielen Dank.